Grüezi. Wissen Sie, dass die Pharmaindustrie Fantasiepreise macht? Das wissen Sie? Es geht auch darum, den Bundesrat zuzubringen, Zwangslizenzen in der Pharmaindustrie einzusetzen. Solange Pharma-Lobbyisten im Parlament drücken, wird gar nicht passieren. Ja, aber man muss es versuchen, man kann nicht aufgeben und resignieren. Und deswegen danke vielmals. Einen schönen Nachmittag. Danke, ade.